Beim grünen Impfpass geht es nun Schlag auf Schlag. Schon im April soll er in Österreich kommen und in weiterer Folge dann auch in der Europäischen Union. Konkret bedeutet dieser grüne Impfpass, dass gewisse Freiheiten dann nur noch genesenen, getesteten oder geimpften Personen vorenthalten sind. Neben mir befindet sich jetzt der freiheitliche Generalsekretär Michael Schnedlitz. Lieber Michael, die FPÖ spricht sich konsequent gegen diesen grünen Impfpass aus. Warum? Ja, jeder Österreicher und jede Österreicherin weiß, dass ein Pass immer dazu dient, dass man quasi Weg frei bekommt. Und damit man diese Freiheit erlangt, da muss die Freiheit zuerst eingeschränkt werden. Und hier macht man wirklich erstmalig offensichtlich öffentlich, dass es zu Einschränkungen der Grundrechte, der Freiheitsrechte der gesamten Bevölkerung kommt. Das trifft in Österreich den Wirtshausbesuch, Veranstaltungsbesuche, aber wie es aussieht jetzt auch auf EU-Ebene, die Reisefreiheit. Das ist nicht tragbar. Jetzt befinden wir uns wirklich auf dem Weg in eine Diktatur. Siehst du in diesem grünen Pass auch eine Art Impfzwang durch die Hintertüre? So ist es. Obwohl man nicht mal weiß, wie sicher sind die Impfstoffe und so weiter, ist das der große Schritt, dass man in diesem Pass positiv einen Antrag bekommt, dass man sich frei bewegen darf. Das ist ein direkter Impfzwang, schon fast nicht mehr durch die Hintertür. Und wir lehnen auch ganz klar ab, dass überhaupt Gesundheitsdaten, sensibelste Daten eines jeden Einzelnen, offengelegt werden müssen, damit man sich frei als freier Mensch bewegen kann. Das ist auch definitiv rechtswidrig. Und wir lehnen diesen Gesundheitstriptiz ab, nur damit wir unsere Grundrechte weiterhin erhalten können. Was bräuchts deiner Meinung nach jetzt wesentlich dringender als einen derartigen Impfpass? Es braucht absolut eine Öffnung und Österreich wieder atmen zu lassen. Denn mittlerweile weiß man ja, dass es hauptsächlich Profiteure gibt im wirtschaftlichen Bereich, auch ganz nah im ÖVP-Umfeld. Gesundheitlich haben wir die Krise nicht im Griff, hat die Bundesregierung die Krise nicht im Griff. Wir haben die höchsten Fallzahlen, beziehungsweise gehören zu den Ländern mit den höchsten Fallzahlen innerhalb Europas, obwohl wir so einen strengen Lockdown haben und unsere Freiheitsrechte immer weiter eingeschränkt werden. Unter dem Strich könnte man sagen, es braucht den Rücktritt der gesamten Bundesregierung, damit wir endlich wieder in unsere echte normale Normalität zurückkommen. Herzlichen Dank, lieber Michael Schnedlitz.